Das familiär geführte Drei-Sterne-Hotel Pichelschloss liegt im steirischen Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen, einer Gegend, in der vorwiegend sanfter Tourismus gelebt wird. Das Angebot ist maßgeschneidert für naturverbundene Genusswanderer, die nach ausgedehnten Spaziergängen, Alm- und Bergwanderungen das Wellness-Angebot des Hauses genießen möchten. Kneippoase, Massage- sowie Naturkosmetikstübchen, Luftkurhalle und holzbeheizte Saunen stehen bereit. Von der Chefin des Hauses bekommen Sie ausgezeichnete Tipps zu regionalen Veranstaltungen und Sehenswürdigkeiten. Gemütliche Ein- und Zweibettzimmer, die neuen Naturparkzimmer und die Schlossapartments strahlen die gediegene Atmosphäre einer gehobenen Sommerfrische aus. Das Bridge- und Lesezimmer, die kleine Bar und der romantische Schlossgarten bieten dem Ruhesuchenden viel Freiraum im und um das Haus. Im Pichelschloss wird regional, gesundheitsbewusst und vor allem alles frisch gekocht. Die umliegenden Bauern bringen Eier, Milch, Käse, Joghurt und Brot. Auch bei Fleisch, Fisch und Gemüse wird das lokale Angebot genutzt. Auf individuelle Unverträglichkeiten und Essgewohnheiten nimmt man hier gerne Rücksicht. Impuls für einen etwas anderen Urlaub bietet ein reichhaltiges Kursprogramm, das Urlaub mit Kreativität und Gesundheitsbewusstsein verbindet. Ob Malwochen, Tanzen, Schreiben, Pilates oder Qi Gong. Golfspieler finden am fünf Minuten entfernten Golfplatz Mariahof eine willkommene Herausforderung. Die vielen Stammgäste des Pichelschlosses, das mittlerweile in der dritten Generation geführt wird, beweisen gelebte Gastlichkeit.